hallo ich merke schon die begeisterung ist pur bei euch jetzt erzähl mal ich hab erzähl mal was muss ich machen also hüter des sees und die mit controller spielen müssen den controller um 180 grad drehen und maus und tastatur spieler müssen die hand wechseln ich mache irgendwas okay ich drehen ja ich kann ich probier es mal aber okay 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 also ich zeig es jetzt ich weiß nicht ob ich im bild bin ich halt das denn jetzt so also verkehrt na also ich muss jetzt ja ich hoffe ihr habt zeit also ich also ich muss irgendwie pullen dass ich stehen kann ich kann mich nicht bewegen wem fällt sowas ein durch hallo sind die noch da wem ist das eingefallen ich sag's wie es ist ja am dienstag ja ja alle hingesetzt ja und da hatten wir so kurz eine halbe stunde richtig schlechte laune ja und dann haben wir gedacht jetzt ja aber wer hat dieses wer ist auf das gekommen ich möchte namen malte 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 okay der wollte doch malte wollte doch von mir dieses certifikat haben das certifikat kann er vergessen wenn er euch fragt wer euch diese information gesteckt hat dann sagt ihr seine lieblings kacke feetarek das darf der gerne wissen dass ich euch das gesagt habe stopp stopp ich muss eine taste um wartet ich kann nicht mehr ich bin noch nicht mehr bei ich habe noch kein einspringen ich muss doch hier noch schild dürfen hat er war da wie geht das jetzt suchen ruhe okay habs also ich kann aber ich bleibe dann verstehen und beobachten euch einfach mal wie ihr das so einfach bekommt vor allem wie drücke ich ein doppelkreuz sollte ach du scheiße ich zeige auch dass es das ist tatsächlich so heute ja also das ist nein falsch hier oder mein gott ich krieg bestimmten sagen das sind jetzt es ist so so gut wenn man dieses eingestellt dass man nur die taste klicken muss dass er den nächsten gegner anvisiert nein da ist wie ich tut nur x das muss reichen ich habe auch wasser mit dem nein ich muss weg jetzt ja frage mir mal meine finger mal ich will sie noch in der höhe halten den controller weil wenn er liegt dann erreicht die tassen im feld sowas an das war nichts ich kann nicht wenn die sparen lief die ist das nicht der alternativ ist der ww designer oder so habe ich da nichts gehört dann hast du ja das geht das geht gar nicht das geht das geht gar nicht warte mal war der lade teilweise auch klick aber auf level 50 habe ich noch nichts zum klicken die ganze magie roter ist ich spiele jetzt schon die handwählen und mmo maus ne also für mich ist das hier gerade sehr schwer ich bin ja nicht ich bin mit dem ringfinger meines guilds an der an der maut wo muss ich denn jetzt hin da uah und ich muss die ganze zeit gucken wo Schiff ist ja fühle ich wo war Schiff nochmal da ja warum könnt ihr so gut laufen warum ich kann ja weil wir WASD haben ach so das habt ihr nicht geändert ne WASD ja na ist klar warte mal ich muss doch weg nein weg äh äh nein abbild nein oh nein nicht das gute sprint aber sie haben die Bosse hier ja auch geändert ne nein ich weiß noch nicht was die geändert haben ich auch nicht ja dann lass dich überraschen oh Gott ich war ich komme im mentor hier nie raus ich krieg immer die höheren expert dungeons ja stimmt oh stopp ich hab mein umverlässer super schock okay so ist das wenn man hoch qualifiziert ist ja experten ich hätte nicht mal gemerkt wenn mein chat nicht am weg haben wir mal gucken wie sie nach dem dungeon aus ne aus dem Bildschirm raus ey warte mal bevor den pullt warte mal ich bin noch nie mal da warte ich bin noch nie mal da ich bin noch nie mal da sag mal ich bin den weg nicht warte kam er an au sommer ist warum kannst du so dumm sein ich weiß nicht keine ahnung was er war ich komme nicht mal ich schlafe dann kann ich nichts falsch machen es wird sogar angezeigt ja easy ich bleibe stehen jetzt du hast ja nicht gefressen wie wir heilen ist unfair du warst nur gruppen das ist ja unfair warte mal vor war vor war zurück oder und zurück war nein nein ich hab's jetzt schon ich krieg's nicht auf die ich krieg's nicht verkleinert der nero ich sammel das t-shirt ja ich muss meine ich muss mein panini album vollkriegen es gibt doch jetzt bald wm warte mal ich nein das ja das jetzt holt er nochmal anscheinend nein ach so die seite gegenüber von ihm oder bei ihm glaube ich ich gehe mal gegenüber tschüss also ich bin froh dass ich die gruppenliste da oben habe und dass meine maus da bleibe ich bleibe ich einfach stehen okay ich bleibe jetzt einfach stehen da heila ist schuld so ja danke die idee schuld steht wie war das idee tot heila schuld natürlich was passiert jetzt hier das heißt ich muss jetzt nach links halt wie viele dinger fällt ansonsten ja auch irgendwie ein bisschen früher tot schnell raus wir müssen jetzt gleich der macht jetzt wieder zurück jetzt wieder in den norden alter schwede na 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 nicht ich lauf gar nichts mehr oder doch 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 ich lauf warte ich muss ich würfeln nein ich kann jetzt nicht oder ich kann wie viel das mein mit der maus auf der tastatur drückt und natürlich auf der tastatur den skill links einfach passiert nichts mir ist echt warm gerade na unfassbar ich habe die klima an aber es ist so war mir könnte den gegnern sagen sie sollen sie nur nicht bewegen also so technisch ich kann auch das gehe ich weiß ich muss es mir warm ich gebe euch gerne mal einen controller andersrum ja ja auf zu mir kann jetzt mit der tastatur ich möchte noch mal darauf hinweisen wir heißen im programmpunkt die experten ich krieg das ja aber andersrum von hinten ist es ist doch einfach nur absolut ich sehe nicht mal meine gegner hört auf jetzt sagt ihnen ich habe ich kann gerade nicht warte mal ich hoffe mal ich bin echt nicht im bild na das geht es geht nicht so nein 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 ich bin nicht verwirrt mein controller ist verwirrt ja ich sag dir ich du lernst controller und dann drehst ihn um und dann gibt es dir bescheid wirklich ich krieg nicht mal die kamera geht ah wo seid ihr wartet jetzt mal jetzt da man dann das man martin was denn so weit am laufen hier was ist das schwierigste noch so jetzt ok ok ich habe einen gegnern anwesert ich will noch nur die eigenszeit verkürzen ja 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 was findet ihr am schwierigsten bisher das willst du jetzt nicht wissen hör zu du hast einen controller verkehrt in der hand du hast kreuz und zwei menüs und sticks und alles ist andersrum das geht gar nicht ich fühle das komplett ich bin schon verwirrt wenn ich von playstation auf switch wechsel und andersrum das muss charles auch noch die kontrolle ich halte ihn ja wirklich verkehrt also ich zeig es ja ich halte ihn ja so wie er gesagt hat verkehrt das geht gar nicht du musst das nicht mal zeigen man sieht relativ schnell man sieht auch immer alles immer schön dass ihr alle ganz fest an einem punkt stehen bleibt und hoch konzentriert so ok wie drücke ich jetzt was und aber bei charles also ich glaube charles hat eigentlich die schwerste stelle ja weil oben unten ist und links ist rechts und vorne ist hinten mir ist so warm ich brauche neue t-shirts ich brauche neue square t-shirts schicken wir mal welche das ding ist durch warte mal langsam ich glaube mal wir müssen mal kurz zu Nero reingehen der hat manchmal ab und zu so ein bisschen kameraschwierigkeiten Nero was ist da los er hat nur kameraschwierigkeiten ich habe da alles Schwierigkeiten ich habe nur kameraschwierigkeiten ich hätte nur kameraschwierigkeiten aber der ist glaube ich besser geworden hier der ist nicht mehr so schlimm wie früher wartet mal hört auf zu pullen bis ich da bin warte mal ich mich mal dagegen ich habe gerade meine maus benutzen auf der rechten seite ok ja 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 ok ich bin ok ich habe ihn auch anvisiert ok ok mein body ist ready genau konzentriert euch mal wir konzentriere euch auf den boss ja wir fangen jetzt an vielen Dank so meine gute meine armen finger unfassbar man renn doch nicht weg ich habe hier wo geht denn der boss hin geht nicht so weit weg das ist doch normal das geht jetzt ja genau oh jetzt gehe ich ein problem uiuiuiuiui ich sehe den nicht mehr ja die hauen ja ganz schnell wieder ab oh warte 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 mobs mobs ja ich komme warte kann ich nicht ich kann nicht mobsen jetzt ich komme nicht weg ich glaube ich habe sie ja doch ich habe sie ich muss mal weg hier aua ah und ich ah warte haern nein 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 jetzt ah wir machen wir es für alles gut aah aah Joko also ich ich sage euch wenns vier Controler-Spieler wären wir wären noch Niuigenst make aaπ bescheinlich da sind mach Ihr könnt wenigstens W-A-S-D gehen, das stimmt wenigstens, aber dreht euch mal W-A-S-D um, auf A-S-D-X oder so, dass es auch verkehrt ist. Das geht gar nicht. Ah, da ist ein Ad. Wie wechsle ich denn das jetzt? Hier. Nein! Oh Gott, da ist Feuer. Ah, ah. Ich weiß nicht mehr, wie es sprinten geht. Na, jetzt. Ich komme auch nicht an meinen Sprint. Da muss ich ganz komisch umgehen. Ja, das ist ja dann fast verfehlt, Bibiko. Oh. Also, wenn jetzt irgendwer noch Peloton verlangt, vergiss es. Ach, heute nicht. Ach, das kannst du vergessen. Kein Peloton. Ist aus. Peloton ist aus. Wer will denn mal Limp-Way? Dem könnten es einfach mal der A8 schon vorbei, der schon tot. Oh, ich habe sicher den meisten Damage gemacht. Ich spiele jetzt immer so, glaube ich. Macht Spaß. Also, für die, für die, dass du durchspielst, ich spiele im Moment nur 1, 2, 3, 1, 2, 3 mehr. Ich habe keine Ahnung, wo der Rest ist. Ich habe keinen. Ja, es ist 50, Maschi hat doch eh kaum mehr, oder? Zum Glück. Ja, ja, okay. Das kann ich mich auch ausreden. Das kann man auch noch nicht erlernen. Stimmt. Stimmt. Oh, Heila. Wartet mal, wartet mal. Hör doch mal. Ja, ich bin noch da. Du hast noch volles Leben. Ah, wartet mal. Meine Finger. Jetzt schon. Ich wäre komischerweise nervös, wenn ich weiß, dass es eh schwer ist. Der Heila ist nicht direkt im Reichwald. Ich bin da. So, jetzt schon wieder. Ich habe noch keinmal Sponti gedrückt, dem ganzen Inhalt, ne? Ich schon. Ich habe Schalt gerätzt. Ja, du stimmt. Danke. Bisschen Maschine. Ah, Schwede. Hier fängt sie an, die Roter. Oh, ich habe auch übelst. Das Problem fällt mir gerade auf, weil meine Pots da in der Nähe liegen. Ja, du hast morgen keine mehr. Ich hätte vielleicht mal weglegen sollen. Aber ich habe jetzt noch, glaube ich, noch keinen gedrückt, soweit ich sehe. Finkst du teuren wenigstens? Wie kompliziert finde ich die Richtigsten. Ja, sehr gut. Auf welchen Server spielst du? Regulär Nero? Summoner. Ja, nee, auf welchen Server? Zodiac. Also Zodiac, wer jetzt Pots herstellen kann, stellt sie her. Nero braucht sie morgen. Ich kann selber craften. Ah, shit. Ich habe meine Guides gebrückt. Ja, hast du meine Makros? Hast du alle Makros? Hast du meine Makros? Ich habe mir selber Makros hergestellt. Sehr gut. Ich will ja auch verstehen, was ich da mache. Sehr gut, sehr gut. Der einzige Nicht-Crafter bin ich, glaube ich. Das macht nichts. Deswegen verdienen wir Geld. Hallöchen. Na? Das ist aber lieb von euch. Ja, aber lasst doch den End-Boss heute, ne? Lass den mal. Oh Gott. Der End-Boss wird einfach richtig schlimm, weil der ist ja... Oh nein, der hat doch so viele AOEs. Ist es immer noch so? Ja. Ja, ich glaube der End-Boss... Also umgekehrt, ne? Also umgekehrt, ne? Also du rennst immer in die Leuchten im Flecky. Ich erkläre es jetzt verkehrt. Immer in das Orange-Rennen. Ja, okay. In das Blaue. Überall auf. Schaffe ich. Schaffe ich. Im Wechsel oder wie? Genau, ich habe das nicht verstanden. Alles, was leuchtet, ist gut. Ja, okay. Sind Bonus-Felder, ne? Kriege ich EP. Ja, das gibt Bonus-Felder, jetzt kriege ich mein Album. Geil. Wie, wer die meisten Felder mitnimmt. Ja, das mache ich. Ja, voll. Was macht der Puls? Ich schwitz. Hey. Der kommt nicht vom Denken, also der Puls ist, glaube ich, ganz okay, aber es ist so... Ich fühle mich gerade, als komme ich so aus so einem Feierchen raus, also so einem kleinen, weißt du? So Wohnzimmerfeuer oder so. Ja. In den letzten Minuten nochmal bei euch rein. Auf jeden Fall. Wie es jetzt gleich aussieht, dass wir ein Gefühl dafür bekommen, wie gut ihr mit dem Boss... Und dann nicht kommt. Weil ihr seid ja jetzt auch beim Boss. Okay. Los geht's. Pool, jetzt komme ich hin. Ja, ja, ich... Okay. Entschuldigung, ich will es nicht. Oh mein Gott. Komm, ich will es wissen. Ich will es jetzt wissen. Ich bin dran, dass hier das Ad kommt, was man runterballern muss, um den Schutzschirm zu kriegen, ne? Ja, stimmt. Ja, das ist ja gar nicht. Ja, weil du musst da gleich in die nächste Challenge. Ja, dann sagst du's. Oh, sie kann mit Druck nicht umgehen. Wir lassen euch für die letzten paar Minuten, war noch nicht. Bitte, da oben. Mann. Okay, Nashie sagt, will sie nicht. Will ich nicht. Nein. Nein, ich schudel hier. Oh, guck mal, das ist alles. Das ist voll neu. Wo muss ich hin jetzt? Ich sehe nichts mehr. Genau. Er hat irgendwie Kinder. Warum hat er denn jetzt so nicht? Ich habe keine Ahnung. Jetzt sieht's noch alles rein. Nein, 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 nein. Was soll denn da jetzt bitte die Aoi-Fläche? Äh. Das ist nicht mehr gleich. Ich glaube, die Chargen, ne? Ja, genau. Ah, okay. Das ist ja entspannt. Warte mal, ich muss mal. Wir haben nämlich eine Hitbox. Interessant. War hier echt noch nicht wieder drin. Ekel, Ekelanfall hat er jetzt. Ja, fühle ich. Nein. Aber ich muss sagen, Chargius erklär, weil jetzt auch noch nicht so viel geholfen hat, oder? Nein. Ich bin raus, ich bin raus. Mit dem Ed nicht mehr, oder? Oh ja, oder? Oh, Charles, du musst nach vorne laufen. Nein, ich stehe da. Nein, 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 nein. Guck, guck, guck. Ganz Millimeter genau war das. Wie kühn Sie trotzen? Habt ihr gehört? Selbst der Drache lobt uns. Wie kühn Sie trotzen? Ja. Verkehr darum sogar. Ich bin nicht trotzig. Ich bin konzentriert. Was brauche ich denn jetzt? Warte, warte, warte. Jetzt müssen wir... Ekelanfall. Okay, nee, jetzt. Aua. Aua. Aber mittlerweile... Ich bin auf sich. Ich bräuchte eigentlich nicht. Ja, es sieht jetzt flüssiger aus. Au, oje, oje, oje. Das macht nichts, das macht nichts. Oder auch nicht. Aua, aua, aua. Lässig bleiben, lässig bleiben und rein. Ja, genau. Du die Hose atmen. Läuft. Nein, ich dachte... Wie sich das geändert hat, ne? Von schmeißen den Controller-Kopf weg durch die Hose. Ja. Durch die Hose atmen. So, wir dachten zuerst, wir müssten jetzt tauschen, wir müssten jetzt statt von Tastatur müssen wir mit Controller spielen. Ja, das könnte ich nicht. Das könnte ich nicht. Aber das hier ist ja wirklich... Irgendwann nicht leisten. Ich habe keinen Controller. Ne, ich habe auch... Äh, ich mache mal ein Schild. Ne. Oh, das sieht aus meiner A, oje. Habe ich nicht. Ja, das ist der dicke Angriff jetzt von ihm. Ich habe es nicht erlernt. Das wäre die Dicke. Ja, der hat ja auch auf die Hose atmen jetzt. Ja. Könnte ein Auin sein. Einfach koppeln hier jetzt schon mal. Äh. Ja, ich bin dabei. Ein bisschen Crit, dein Knie. Äh, was ist das? Ich muss hier rüber. Hier. Was geht das wohl sein? Ackmon! Healer! 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 Medik! Ja. Ich liebe dieses Dexma. Oh, man hat ja früher nicht gemacht, ne? Ja, ein Opfer. Ach, der war das richtig gut geworden. Oh, die haben sich versetzt. Oh, oh. Aber es gab nur diesen 5-fach Laufkauf. Ja, der eine ist. Ja, der eine ist. Da müssen wir uns halten. Wohin muss ich denn da hin? Oh, mein Gott! schon wieder das teil jetzt am boden 39 wir sind gleich wir haben es gleich geschafft aber ich bitte ich möchte quest nie wieder nehmt die raus ja ohne hut nur problem ich habe ja gestern schon gedacht die mit denen gewesen aber das hier ist halt wirklich noch mal was ganz anderes es ist echt böse gott ich muss da hin die gehen hinten vorne ganz nach hinten ich gehe mal nach hinten zwischen geht auch ja laufen zielgerichtet in die richtige richtung ja ich habe ihn ich habe ich habe ich muss überlegen nachdenken aber findet ihr die variante jetzt besser nein nein ach so die variante ja die für die wundervolle lustige schellen danke euch meine finger was für eine coole challenge ja aber anstrengend nicht drauf gekommen ist die idee einfach aber mein mein hirn verklickert das ja nicht ich meine es ist alles ja nicht nur verkehrt sondern nach all oh mein gott ist aber war war so martin oh mein gott meine finger ja meine finger unfassbar dem system okay ich muss wieder meinen kanal meine mods verschwören ja mach nur ich bin auch bei ich bin jetzt bei euch auch erstmal sind dies können wir haben später dann danke euch fürs zocken und danke danke bis dahin so ich bin wieder in meinem kanal jetzt muss was für eine challenge na das ist echt eine challenge gewesen gott so was habe ich was muss ich retriggern muss ich irgendwas retriggern auf die schnelle ich habe ein resub muss ich noch retriggern glaube ich neuer ist echt schwierig na macht das mal dreht den controller mal um warte mal wo bin ich denn äh hier wenn der ja umgedreht ist na komm mal stell das mal scharf äh mach mal das heißt die da sind jetzt hinten was normalerweise vorn also der kleine finger drückt hinten und dann so nie wieder nie wieder charlie du da ist noch jemand er bis zum ende geguckt es auch mehr was mal jetzt ja dann sage ich ihnen das mit den zwei videos die videos ja okay das abo hier unten und die glocke nicht vergessen zu drücken ja habe ich habe ich gesagt habe ich